Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tracking Packing Gear. Heute geht es um wahrscheinlich eines der allerwichtigsten Themen beim Campen für viele, und zwar kalte Füße im Schlafsack. Ich trage hier die Lightweight Tunie Booties, das sind wie so kleine Socken oder gefüllte Socken bzw. gefüllte Hausschuhe, die ihr sowohl im Schlafsack als auch zu Hause tragen könnt. Die haben eine Apex-Füllung, also eine künstliche Synthetik-Füllung, die besonders bei Feuchtigkeit und Schweiß auch sehr vorteilhaft ist. Sie haben ringsherum ein Nylon-Material und sind sehr weich und haben auch keine Sohle, weshalb sie eher als Socken als als Hausschuhe geeignet sind. Aber dafür sind sie perfekt, um sie auch im Schlafsack bzw. im Zelt zu tragen. Ähnlich wie beim Schlafsack haben die Tunies oben eine kleine Kordel, die könnt ihr festziehen um euren Knöchel herum, und die verhindert, dass Wärme aus euren Socken heraustritt. Wichtig zu sagen, die Socken wärmen natürlich eure Füße nicht auf, sie halten nur die Wärme in den Socken, deshalb solltet ihr mit warmen Füßen da reingehen. Die Tunies sind wirklich sehr, sehr klein und leicht komprimierbar, also sie wiegen ungefähr 100 Gramm, und es gibt sie allerdings in verschiedenen Füllvarianten und Größen, deshalb ist das Gewicht immer ein bisschen unterschiedlich. Allerdings kann man sie, wie gesagt, trotz der Synthetik-Füllung sehr, sehr klein komprimieren. Man kann sie hier in diesem mitgelieferten kleinen Kompressionssack mitnehmen, und sie passen auf jeden Fall in jeden Rucksack und sollten in winterlichen Trips auf keinen Fall fehlen. Aber auch für Leute, die zu Hause auf der Couch oder so kalte Füße bekommen, für die ist es eine super Idee. Dadurch, dass sie keine Sohle haben, werden die unten eigentlich nicht dreckig, also ihr solltet damit nicht unbedingt durch die Wohnung laufen, aber wenn ihr einfach nur am Entspannen seid, sind die super dafür. Auf meinem letzten kleinen Overnighter bei ungefähr 0 Grad hatte ich leider meine Handschuhe vergessen, aber man sieht, man kann die Tunies auch super dafür umfunktionieren. Wenn ihr noch mehr solche Tipps und Tricks-Videos sehen wollt, dann auf jeden Fall den Kanal abonnieren, lasst ein Like und ein Abo da, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also macht's gut und bis dann!